Beispiele von Amyloidose und typische Amyloidose sind die Vereinswirkungen in beiden Augen, aber das Gewebe können sich auch anhäuten, wie zum Beispiel an der Tunge. Bei diesem Patienten oder diese Hauswirkungen sind auch relativ typisch, also das war es kaum nicht. Dann das Denakthaber-Sypterieur-Syndrom, meistens sieht das dramatisch aus. Bei diesem Beispiel sieht das Gesicht jeden Morgen aus, wenn er aufsteht und nachdem er ein paar Stunden ruht, sieht es so aus. Also das hat zu tun mit Einfluss darauf, wie man sich so in unseren Verbrauchernsgaben hat. Das ist Ihnen auch bekannt. Das erste Thema im New England Journal ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Es geht um Quellscher Erkrankungen und die Vorstellungen von den genetischen Veränderungen bei Quellscher Erkrankungen. Eigentlich der Vorreiter ist Bernd Obelstein, der hat diesen Ablauf beschrieben bei Kolonkarzinom. Und es geht darum, vor der Mutation wird die Folkron der nächsten und der nächsten und der nächsten, bis das Kartheftbild dann ausgeprägt ist und dann zum klinischen Erkrankungen kommt. Das Kartheftbild ist gerade ein Beispiel dafür. Das ist Adenomatosis, Polyposis, Polygen. Kann eine Kleinbahnmutation sein. Dann erwarten wir eine zweite Mutation. Das kann vielleicht K-Rat sein. Das ist keine GTPase, die bei der Signalkonstruktion Rolle spielt. Und das ist Deleted in Kolonkarzin, Gene, DTP und das hat ein Einfluss auf D3150 und diese ganze Kartheft ist ein typischer Krankheitsbild. Das ist bei anderen maligen Erkrankungen auch der Fall. Und das Thema für heute im Eurigemann Journal ist das zu tun mit Myelokroliferativen Erkrankungen. Und das erste ist, was sind die? Und das ist eine Konstellation von maligen Erkrankungen, die mit Myelogenesis zu tun haben. Und die rade Beispiele sind hier aufgelistet. Und das ist die Polycytamina-O-Bradera, die essentielle Thrombocytamin. Osteomyelofibose, ziemlich heutige Ursache von Anonyme bei Menschen in meinem Alltag. TNL gehört auch dazu. Und das CGLM-O-Centrum wird heute meistens mehr angebildet als AML. Nur die ersten vier gehören dazu. Und unterschiedliche genetische Veränderungen bei diesen Myelokroliferativen Syndromen sind bekannt. Und drei von unterschiedlichen Mutationen sind hier aufgelistet. Eine, die Sie kennen sollten, auch wenn Sie nicht kennen, ist die Yak2-Mutation, die beinahe immer bei Patienten mit Polycytamina-O-Bradera vorhanden ist. Yak2 ist eine Teil von einem Tyrosin-Kinase-Rezeptoren. Das sind Zytokin-Rezeptoren. Und die signalieren und geben dann Botschaften weiter. Durch Phosphorylierung und involviert sind sogenannte Statsproteine. Und die sind dann dafür verantwortlich, um bestimmte Gene anzusteigen. Und sind Mitspieler unterschiedlicher Art hier, die da eine Rolle spielen. Und Yak2 gehört zum Eko-Rezeptor. Und diese Mutation ist halt immer da bei Patienten mit Polycytamina-O-Bradera. Ich weiß nicht, warum es nicht immer ist, aber häufig da. Also das gehört zu diesen myeloproliferativen Krankheitsbildern. Dann ein anderes Enzym, das involviert ist, wird kodiert durch PET2. Und dieses Eiweiß, dieses Enzym ist eigentlich für Methylierung verantwortlich. Methylierung von DNA. Und das ist eine sogenannte epigenetische Signaltransduktion, die damit zu tun hat, ob Gene an- und ausgeschaltet sind. Und PET2 ist auch häufig mutiert bei diesen myeloproliferativen Erkrankungen. Und in dieser ersten Arbeit, und ich verstehe es auch nicht ganz, aber vielleicht kann manche von Ihnen das erklären. Da geht es um Patienten mit myeloproliferativen Krankheitsbildern, die Mutationen haben in PET2 und Yak2. Und die Frage ist denn, welche Mutationen kamen zuerst und welche Mutationen war die Folge der Mutationen? Und sind diese Krankheitsbilder anders, ob Yak2 zuerst mutiert ist und dann PET2 mutiert ist oder andersrum? Und was man hier gemacht hat, und das kann man heutzutage mit Massentexenzierung, wenn man genug Geld hat, so etwas zu machen, kann man es machen. Und man hat Patienten gefunden mit myeloproliferativen Erkrankungen und hat nach diesen Mutationen gehandelt und hat tatsächlich Patienten gefunden, wo beide Gene mutiert waren. Dann hat man von denen rundkernige Zellen gewonnen und hat diese dann in Kultur hochgezogen. Und im Prinzip haben die 7000 Klonen von 24 Patienten hochgezogen, um Klone rauszuficken, wo nur eine Mutation vorhanden war und nicht die andere. Und dann haben sie gefordert, diese Mutation war die erste und die andere Mutation war wohl die zweite. Ich hoffe, ich habe das verstanden, aber im Prinzip kann diese komischen Diagramme umso größer die Kreisel sind, umso mehr waren diese Mutationen vorhanden. Ob es TET und JAK sind oder erst JAK alleine und dann TET und JAK und ob JAK 2 Homozykot war, das gab es auch. Und so sind diese Klone dann hochgezüchtet worden und alle 7000 sind dann durchgefansiert in dem Versuch, um diese Reihenfolge feststellen zu können. Und hier sehen wir, hier sind Patienten, wo die JAK 2 Mutationen zuerst kamen und hier sind Patienten, wo die TET 2 Mutationen zuerst kamen. Und das sind auch klinische Unterschiede, wenn die JAK 2 Mutationen zuerst kommen zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Thrombose während des Krankheitsbildes entwickelt, höher. Wahrscheinlich, weil die Polycytämie-Rubra-Vera-Patienten mit ihrem Hematoquid von 60 und der Kindzahl von 500.000, wahrscheinlich ist es Thrombose nein. Oder bei der Homocytämie würde man das vielleicht auch erwarten. Und da waren gewisse klinische, xenotypische Unterschiede, ob JAK 2 oder auf MET 2 zuerst erschienen. Und JAK 2 Mutationen zuerst führten die Polycytämie-Rubra-Vera, was man vielleicht auch erwarten würde. Und dann wird das auch im New England Journal diskutiert. Und es sind auch Abbildungen dazu, wie man sich das so vorstellt von den biologischen Progenitorzellen, die dann eine TET-Mutationen entwickeln oder eine JAK-Mutationen entwickeln. Und was dann letztendlich passiert, wenn die zweite Mutation kommt. Wie viel die hämatopoietischen Stammzellen erst voll varieren im Vergleich zu den eretrogeneten Zellen. Und das wird hier alles diskutiert. Also das hat eine große Aufregung für den New England Journal und den Autoren insbesondere. Ich glaube, da wir jetzt einen spezifischen Inhibitor haben für JAK 2, wird es einem eindeutig, dass Leute mit JAK 2 Mutationen sollten in den Inhibitor bekommen. Was für eine große klinische Bedeutung eventuell haben wird, das läuft mir nicht sofort ein. Aber jeder mal Forschung weist darauf hin, genetische Veränderungen zu Krebs führen. Und ob das die Reihenfolge, wie die Mutationen auftreten, von Wichtigkeit sein könnte. Also ziemlich kompliziert, ziemlich happig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man alles irgendwie verdaut, sodass man ein Bild kriegt, wo fließen die Forschungsgelder hin, was ist richtig, was ist vielleicht nicht so wichtig. Und wie läuft die Geschichte in der Medizin in der Welt? Nächstes Thema betrifft uns auch nicht so häufig. Es geht um Nierentransplantation. Und in Südafrika ist es halt so, dass die heutige Ursache von Nierenversagen, chronischen Nierenversagen, ist HIV. Das führt zu einer Neuropathie. Dann landen diese HIV-positiven Patienten an der Dialyse und warten auf einen Spender. Und da HIV in Südafrika sehr häufig ist, haben viele potenzielle Spender mit HIV-positiv. Und früher hat man diese Nieren alle weggebrochen. So ist man auf die clevere Idee gekommen, vielleicht kann man diese HIV-positiven Nieren diesen HIV-positiven Empfänger angeben. Ohne ethische Bedenken, sondern viele Überlegungen dazu. Ich habe heute eine Vorläuferarbeit, wo man gezeigt hat, dass HIV-positive Patienten, Dialyse-Patienten, mit HIV-negativen Nieren ganz gut zurechtkommen und eine ganz gute Prognose haben. Es hätte ja sein können, dass mit der Immuninstruktion HIV-bildern und diese Leute alle trücken, aber das ist nicht passiert. Aber in dieser Arbeit HIV-positive Nieren für HIV-positiven Spender. Und wir gucken uns diese Leute an. Die meisten kriegen entweder protease-basierte Individuen, die dann die Bildung von der Kapsel des Virus hemmen oder die reverse Transkriptate wird gehemmt durch andere Präparate und viele Leute bekommen entweder eines oder das andere dabei. Und dann, nach der Transplantation, haben wir Antithymocysten-Glopoline gekriegt und was man sonst transportiert in Nieren-Patienten gibt. Und man könnte schon erwarten, wenn es in New England Journal erscheint, wahrscheinlich ist es okay gegangen. Und hier sehen wir, dass Transplantat-Überleben, da gibt es nach 60 Monaten eine ziemlich lange Zeit. Das ist ziemlich cool hier. 85 Prozent, vielleicht nicht ganz so gut wie bei HIV-negativen Dialyse-Patienten, die wir entflegen von HIV-negativen Patienten von Spendern, aber gar nicht so schlecht. Und Patienten-Überleben von diesen E-Patienten, im Prinzip, was sie haben, seit 70 Monaten, ist auch ziemlich akzeptabel. Und was auch dabei herauskam, ist, dass die Leute, die es gerade einmal kriegen, für die um HIV-Ausse unterdrücken, das interferiert mit dem Verstoppverkauf von Tricolimus. Und diese Leute haben dann auch nur an Tätel so viel Tricolimus, was in Südafrika vielleicht ein Fettet ist, weil das Zeug ist teuer. Aber dann haben sie auch natürlich mehr Toxizität von diesem Präparat gekriegt. Im Vergleich dazu, die Leute, die ihre Werbetransferphase immer fichten, die mussten dann die üblichen Mengen an Tricolimus schlucken. Also der Jubel ist groß. Man kann HIV-positiven Nieren zu HIV-positiven Spendern bewegungslos transplantieren. Das ist, was Neuron-Brown ist. Jetzt das nächste Thema. Das gibt es, finde ich, eigentlich ziemlich interessant. Schilddrüsen-Karzinome ist eigentlich ziemlich gut verhandelbar. Die meisten Leute haben kapitellere Schilddrüsen-Karzinome und haben eigentlich eine ziemlich gute Prognose. Aber bei anderen Patienten ist das ganz anders. Und es gibt andere Formen von Schilddrüsen-Karzinome, wie Melulärer Schilddrüsen-Karzinome und Dörtel-Fell Schilddrüsen-Karzinome, die eine viel kollekuläre Schilddrüsen-Karzinome, die viel schlechter Prognose haben. Da hat man Patienten gefunden, die schon die Therapien für Schilddrüsen-Karzinome belaufen sind und eigentlich Therapie-Versager sind und hat sie randomisiert, so was auch immer sie sonst kriegen. Und Len-Wat-Karzineth. Und Len-Wat-Karzineth wird hinterher mit der Wirkung von bestimmten Tyrosien-Karzinaten. Und in diesem Fall nicht schlecht. VGF-Rezeptoren werden gehemmt durch Len-Wat-Karzineth. Das könnte vielleicht ganz gut sein, wenn man an Daten denkt. Und dann das Recht-Protoronkogen wird gehemmt. Und es gibt ja auch eine genetische Form von unterschiedlichen Tumoren, wo das Recht-Protoronkogen mutiert ist. Und das spielt bei 4.000-Karzinome in der Rolle. Und Schild wird auch gehemmt. Also eine ganze Palette von Pyrosien-Karzinaten werden durch dieses Präparat gehemmt. Und dann gucken wir mal, was mit diesen Patienten, die sonst eine ziemlich beschissene Prognose haben, passiert. Und man hat die Studie abgebrochen. Die Len-Wat-Karzin-Patienten sind viel besser gefahren als die Patienten, die die übliche Behandlung kriegten mit Patienten. Dies bedeutet, dass für Leute mit metastasierten Schilddrüsen-Karzinome, die hatten schon alle Lungen-Metastasen und Metastasen irgendwo anders, dass man denen noch etwas zu bieten hat. Und wenn man dieses Präparat nicht herkriegt, dann kann man vielleicht die Populationsteile mittlerweile für drei oder zwei Jahre verbessern, erheblich verbessern. Und das ist ein positiver Grund als dazu. An Übersicht im Journal geht es um Atma. Das ist ein ziemlich häufiges Thema. Hier geht es um sportbedingten Atma. Und Leistungssportler können ja ihr Minutenvolumen von den üblichen 5 Liter pro Minute, wenn sie jetzt Sprüter sind, auf 200 Liter pro Minute erhöhen. Und dann sind sie natürlich auch mehr Umweltstoffen ausgesetzt und Abgaben von Autos und weiter Tosse und alles so. Und die neigen Asthma-Promptiale. Und wenn die Asthma behandelt werden, dann besteht auch das Risiko, dass ihre Doping-Cats schlecht ausspalten. Und das ist auch ein Thema von dieser Arbeit. Also wenn man als Leistungssportler hat, die Symptome von Atma kriegen, das erste was man machen muss, ist sicher, dass sie Atma haben. Und Leistungssport ist ziemlich psychisch stressig. Und manche haben eigentlich inspiratorische Industriegeräume und werden als Atma beschützt. Und das ist ein psychogenes Problem. Das muss man ausschließen. Und dann ist die Frage, was für Asthmatests kommen für Leute in Frage, die ein Gesamt-Lungenvolumen haben, der vielleicht an der Zeit wieder größer ist als normal. Das kann bedeuten, dass deren Effekt CV1 auch im Normbereich passt, obwohl er für ihre Lungenleistungskapazität eingeschränkt ist. Und da sind unterschiedliche Tests, die man dann anwenden kann und Stimulations-Tests mit Metakolin und das Übliche, was man für Asthma braucht ja alle Patienten machen. Und dann, was kann man diesen Leuten anbieten? Und da ist auch eine Tabelle dazu. Fehlerkennung der Symptome, um sie nicht ernst zu nehmen und die falschen Sachen zu verordnen. Etwa zwei Argenissen helfen denen schon, aber es ist vielleicht weniger günstig als inhaliertes Theroide, werden hier vorzugs in diesem Übersichtartikel. Und was die Behandlungsziele sind, und Sie können sich angucken, was Sie mit solchen Satelliten zu tun haben, und was die Behörden als Dopingmittel bekenntzeichnen und warum der Plutalin ein Dopingmittel sein sollte. Im Vergleich zu Salmeterol leuchtet mir nicht sofort ein, aber Experten auf diesem Geplicht werden schon die Begründe haben. Und Ovalesterroide sind auch bei diesen Sportlern untersagt. Und das dazu. Und dann der Fall in New England Journal, jede Woche ist ja so ein Rätselfall. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Die Geschichte geht wie folgt. Das ist eine 79-jährige Frau. Die kriegt irgendwelche Titel und sind die nicht so eindrucksvoll. Aber wenn man sowas hat, dann geht man zum Dermatologen und kriegt eine Diopsie. Die ist auch gemacht worden und sie sah lymphomenverdächtig aus. Und dieses Gewebe exponierte in Oberflächenmolekül, das heißt PD30, das ist eigentlich ein TNF-Rezeptor, TNF-Rezeptor SF8. Und das ist bei mehreren malignen Krankheitsbildern im Vordergrund. Und so sagte sie, sie hätte ein kutanisches Lymphomen. Und da ist die anastaktische Lymphomarkinase, die auch bei manchen Lungenkrebsformen mutiert ist, eine Rolle spielt. Bei diesen großzelligen Hautlymphomen hat man danach gehandelt, aber das war nicht vorhanden. So hat man das gelabelt als ein negatives kutanisches Lymphomen. Dann guckt man auch ganz gerne nach Lymphknoten. So hat man diese Frau dann durch irgendwelche Maschinen geschoben. Und siehe da, große ingeniale Lymphknoten, die erscheinen hier auf dem Pet. Und man hat diesen Lymphknoten nicht bioptiert. Man hat das akzeptiert, die Diagnose, und hat sie dann für Symphoma behandelt. Dann kamen die Pickel wieder und so hat sie eine zweite Meinung bei dem berühmten Massachusetts General Hoffmann sich eingeholt. Und hier ist der Pickel, den wir gerade hier in dem Bild eben gesehen haben. Den kann man hier in dieser Bildgebung sehen und in diesem CT kann man den auch sehen. So hat man diesen Pickel wieder bioptiert und hat dann diskutiert, hat diese Frau wirklich halb-nevert-negativen, großzelliges, totales Lymphom, oder ist dies irgendein anderes Krankheitsbild? Und ich kenne mich mit diesen Sachen auch nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier ist die Differentialdiagnose. Und eines, was hier auffällt, ist Lymphomatoide-Papping-Mod. Und das ist eigentlich ein benignendes Krankheitsbild. Und sieht histologisch ziemlich ähnlich aus wie ein anastaktisches Haut-Lymphom. Und exprimiert auch sommerweise dieses Molekül CD30. Und dann wird dies in großem Rahmen diskutiert. Und dann kriegt sie noch eine Diopsie. Und man sucht dann nach Lymphknoten und hat die Knoter dann keine gefunden. Und die Suchen-Pathologen, das erarbeitet als Kind, haben die Diagnose gestellt. Lymphomatoide-Pathologe. Und man hat dieser Frau dann einen Freispruch gegeben. Und dann konnte wirklich von dann gehen. Also nicht alles, was aussieht histologisch, sogar histologisch. In der Diopie, wenn es CD30 exprimiert ist um geringe Lymphom. Und wenn da Lymphknoten involviert sind, auch wenn sie mit der Behandlung dieser Knoten sind ja auch tatsächlich kleiner geworden. Aber die Knoten werden auch von alleine knallert. So haben die Kategorien betont. Also man sollte die Knoten dazu und dazu machen. Im Herzen war dieses ziemlich ekelhafte Krankheitsbild. Und diese Frau kann aus diesem Auge nicht sehen. Und aus dem anderen Auge kann das auch nicht sehen. Und die Stoffi geht nicht heute. Sie ist zu einem naturheilbaren Praktiker gegangen. der sie behandeln wollte für den grauen Starr. Und der graue Starr ist grün geworden. Und die Kulturen haben dann zwei Monate nachgewiesen. Da kann man sich vorstellen, warum der graue Starr grün geworden ist. Und diese Patientin wurde dann behandelt. Und ich hätte von dieser Behandlungsmethode noch nie gehört. Und wie man das auf Deutsch nennt weiß ich auch nicht. Aber diese alte Behandlungsmethode ist 3,5 Jahre alt. Couching heißt das. Keine Ahnung. Aber im Prinzip geht das. Die folgt. Man nimmt einen Tatsächlichen Dorn von irgendeinem Brunsch genommen. Und dann haben die Praktiker, die Heilpraktiker, dann eigentlich durch die Korne hergestochen. Und die Idee ist, die Linse zu diskutieren, sodass hier ein gewisses Körper hier nach unten fällt. Und dann können die Leute wieder Licht entheben. Man hoffte dann, dass die Hornhaut wieder zuwächst. Und damals gab es auch keine bestimmten dicken Brüllen. Die Leute konnten, aber damals konnte man ja sowieso nicht gehen. Und das war die Behandlungsmethode. Nein. Man hat das etwas verbessert durch diesen Menschen. Das ist, so wie ich will, ein ernstes Albrecht von Grefe. Und im 19. Jahrhundert hat er auch diese Operation aufgebaut mit einem scharfen Messer. Und es ist ihnen dann gelungen, die Linse zu extraieren durch einen Schnitt in die Korne her. Und das war dann die erste Einführung mehr oder weniger vernünftige Behandlung von einem grauen Stab. Natürlich konnte der von Grefe nicht mit künstlichen Linse aufs Plätze. Heute baut man den Leuten sowas ein. Weil er frühzeitig an Lungen zu Gartenhose sowieso verstorben ist. Aber da ist er. Also davon hatte ich auch noch nichts Großes gehört. Das nächste Thema im Lancet. Diese Arbeit finde ich echt erstaunlich. Und es geht um die müllerischen Gänge. Und wir alle im Zimmer haben irgendwas mit denen zu tun. Nämlich das hat zu tun mit der Tatsache, wie man Mann oder Frau wird. Wenn man eine Frau wird, dann vergrößern sich die müllerischen Gänge so, dass so ein Teilleiter gebildet werden, uterus gebildet werden. Und der obere Teil der Vagina wird gebildet durch die müllerischen Gänge. Die müllerischen Gänge kriegen ihre Signale von irgendwelchen Botenstoffen. Das gab es nicht, als ich die Medizinstudien lernte. Aber diese Botenstoffe sind heute bekannt. Und wenn man diesen Botenstoff-Müller-Inhibitor-Faktor bildet, dann bildet sich auch keine Mütterhose und keine Vagina und diese Eierstöcke auch nicht. Aber die müllerischen Gänge bleiben, um was referent zu bilden, was die Männer brauchen, um ihre Spermien dann weiterzuleiten. Also wenn das nicht richtig funktioniert bei XX-Menschen, bei Frauen, dann werden die geboren ohne Uterus und ohne Eierstöcke. Und ich wusste es nicht, aber das ist die häufigste Ursache von primärer Amenorrhoel. Das müsst ihr euch merken. Das kommt auch bei Hinternisten manchmal. Primärer Amenorrhoel. Das heißt, die Mädels werden dann 12, 13, 14, 15, und alle anderen menstruieren schon in der Gatte und sie nicht. Aber sonst sind sie komplett normal. Sie haben Ovarien, sie machen erst Gehen, die Verhaarung, das ist alles okay. Ich wusste nicht, dass das die häufigste Ursache ist von primärer Amenorrhoel. Wie kann man das behandeln? Hier ist auch ein klinisches Beispiel. Krankheitsbild ist beschrieben worden von Karl Freyher von Orchitansky. Der war ein Pathologe im 19. Jahrhundert und dies heißt das Orchitansky-Syndrom. Wie kann man das Orchitansky-Syndrom behandeln? Das würde mir auch vielleicht einfallen mit einer Uterus-Transplantation. Und da arbeiten Leute, um Uterus zu transplantieren. Und eigentlich technisch ist das machbar. Man kann dann oberer Teil der Vagina, den Muttermund, den Uterus, hier gut annähen und dann diese Arterien zu anastomisieren und die Wehen zu anastomisieren. Das scheint auch nicht so technisch schwierig. Und man hat jetzt eine Frau mit dem Orchitansky-Zentrum, eine 61-jährige Uterusspenderin gefunden in Schweden. Und man hat Uterus transplantiert. Und hier ist die Uterus. Sie sieht ein bisschen nicht so gut durchblutet aus hier. Aber wird dann hier eingepflanzt. Und dann öfft sie wieder auf. Kriegt gute Durchblutung. So hatte diese Frau mit dem Orchitansky-Syndrom jetzt eine 61-jährige Uterus. Dann ist das Problem mit den Eileiter nicht mehr so doll. Und wie soll das alles funktionieren? So hat man natürlich eine In-Vitro-Transplantation gemacht. Hatte spezielle Befruchtung von den Eiern von der Frau, die sie normal produziert. Sternen werden von ihrem Mann. Und hat sie dadurch geschwängert. Und das ist auch tatsächlich funktioniert. Und hier sehen wir Ultraschallbild von den bildenden Vöten. Und hier sind lauter schicke Bildgebungen. Das sind Durchblutungen von dieser Uterus. Das hat sie natürlich interessiert. Und Wachstum vom Vöten bis zur Zeit der Entzündung. Was man sich auch vorstellen kann. Die Frau ist ja 35. Das Risiko für Präeklampsie ist natürlich höher als zu erwarten. Und Präeklampsie hat sie auch tatsächlich gekriegt. Und als Durchblutwerte bei der Entzündung von 180, 120. Albumin im Urin. Und Fleckhintalking im Eimer. Und man hat hier Lavettolol gegeben. Und Methetepin und alles, was man in den Frauen gibt. Und dann hat man eine Vector durchgeführt. Was indiziert ist für Präeklampsie. Und hier sehen wir das glückliche Produkt dieser Schwangerschaft. Und die glückliche Mutter. Und das hat tatsächlich ein glückliches Ende. Und die erste beschriebene erfolgreiche Schwangerschaft. In einer Patientin mit Rototanzi-Syndrom. Die eine Uterus-Transplantation unterbrochen worden ist. Ich fand das für mich erstaunlich. Hat Spaß gemacht. Ich habe über den Fachgekrieg keine Ahnung. Aber es macht Spaß. Das nächste Thema im Lancet hat zu tun mit, und dies ist eigentlich ein ziemlich lästiges klinisches Problem. Leute nach Schlaganfall sind häufig Hypatron. Erstens Hypatroniker kriegen ja heute Schlaganfall. Also kommen die Schlaganfallpraternen rein und haben Hypatronus. Und dann sind Leute, die ein Schlaganfall gekriegt haben und sind nach dem Schlaganfall Hypatron. und man weiß nicht richtig, ob man den Hypatronus lenken soll oder nicht. Und die Neurologen sagen, nö, mach das nicht. Dann wird die Zellung wahr, dann wird vereinträchtigt und die Internisten sagen, nö, Schlaganfall Hypatronus ist böse, wir sollten den Hypatronus lenken. Und dann wird so hin und wieder diskutiert. In dieser erstaunlichen Studie hat man Leute nach Schlaganfall randomisiert. Und nicht weniger. Number of patients. Und hier sind 2.000, hier sind 2.011 und hier sind auch 1.000 und hier sind auch Tausch. Und was man gemacht hat, ist bei den Patienten, die nach Schlaganfall Hypatron waren, die noch keine Behandlung unterzogen worden sind, das sind die Leute in der ersten beiden Gruppe. Und die sind randomisiert worden zu Nichtstun oder Nitro. Und das haben sie als Flatter und Salve und so. Die haben nicht ein Nitrospray gekriegt, aber die haben so ein Nitropraparat gekriegt. Dann bei den anderen, die schon eine Behandlung unterzogen worden sind, hat man diese Behandlung entweder abgesetzt oder gelassen. Und darum die 4 Gruppen. Also das ist dies. Und dann hat man gehofft, dass das primäre Endergebnis, diese Rankin-Skala, das sind ziemlich einfache Skala, die schlecht die Leute sind dann nach 3 Monaten, kann man bewerten, kann Klinikern 5 Minuten machen, um zu sehen, ob die Rankin-Skala von diesen Behandlungen irgendwie beeinflusst wird. Und dann, wenn wir uns das angucken, weil dies ist ziemlich kompliziert. Und ich zeige Ihnen das nicht nur, dass wir es angucken. Aber dies sind die 2 Gruppen. Not on blood pressure lowering drugs. Das sind die Leute, die haben Nitro gekriegt. Nitro patch oder kein Nitro patch. Und dann die Leute, die schon Antipathie intensiver kriegten. Bei denen hat man das abgesetzt oder man hat es gelacht. Und dann hat man geguckt, was ist mit der Rankin-Skala. Dann, heutzutage muss man in Schrappner mit reingucken, um zu sehen, was wirklich passiert ist in den Studien, weil es in der primären Arbeit nicht drin ist. Ich wollte wissen, naja, wie viel hat man denn in den Blutfunkern-Wirklichkeit gesenkt? Sieht meines Erachtens ziemlich bescheiden aus. Aber es ist klassisch signifikant. Und dies ist die Nitro-Gruppe in Rot und dies ist die Placebo-Gruppe. Blutdruck ist eigentlich in beiden Gruppen im Krankenhausverlauf über sieben Tage gefallen. Aber es geht um eine Auswirkung von diesen ersten drei Tagen. Und der Blutdruck-Unterschied hier würde ich als Kliniker meinen nicht sehr spannend. Aber die Autoren fanden das voll. Und in der Gruppe, wo man die Medikamente absetzt, läuft der Blutdruck höher als bei denen, wo man die Medikamente weiterführt. Das ist ja auch so. Und dann guckt man, naja, wie war denn das Überleben? Und es sieht so aus, als wären wir vielleicht etwas unterschiedlich, aber das war nicht klassisch. Also keine Unterschiede im Überleben. Das heißt, mal lag er oben und mal lag ich unten. Also es war gut. Und Rank & Score? Nichts. Keinster Unterschiede. Also, ich glaube, dieses ewige Argument zwischen den Neurologen und den Interessen, was sie machen mit dem Blutdruck-Werten von diesem Schlaganfall-Patenten, kann man alles in den Müll schmeißen. Es hat aber auch bewiesen, dass die Leute keinen Schaden anscheinend kicken von diesem Antibut-Patent. Nicht wahr, wie die Neurologen vielleicht vermuten. Aber dass da ein Nutzen ist, um da große Aktionen zu machen, wenigstens den Blutdruck-Werten in diesem Bereich, es sollte auch nicht für diesen werden. Also... Das kann man sagen. Also... Hier sind die Blutdruckwerke. Und... Ja gut. Das ist wahrscheinlich so 148, und diese Leute hier oben liegen so 158. Und... Ob man das jetzt herabwerfen würde, weiter... Ob das so einfach alles gut ist, dann muss man den ganzen Käse wiederholen. Also das war da. Und... Hier sind die voll unterschiedlichen Untergruppen. Mal gucken, in welchem Blutdruckbereich, aber... Schienen nicht der Fall zu sein, und ob es da jetzt... erst die Analyse gekriegt werden oder nicht, und alles was das klingt... Ich sage einmal... Schienen keinen Effekt zu haben. Dann... Das nächste ist auch... Dilden auf... Wahnsinnsaufwand. Und wahnsinnig viel Geld hier vergangen. Es geht um... Frühchen. Äh... Das heißt... Ähm... Der Versuch, um... Pernatale Mortalität und Morbidität zu senken, bei Frühchen, nicht hier in Europa, äh... Sondern in der dritten Welt, in denen man diese Frauen mit Steroide behandelt, so dass die Lungenreife positiv beeinflusst werden könnte. Oder... Bei diesen Frauen in diesen Ländern, wo ganz andere Krankheitsbilder umkreisen, würde man deren Infektionsrisikobereit erhöhen. Das war die Fragestellung hier, in Argentinien, Guatemala, India, Kenia, Pakistan und Nambia. Und, ähm... Man hat hier nicht einzelne Frauen randomisiert, äh... Äh... Und, ähm... Ich meine, es geht um viele Frauen hier. 58.219, mit 48.698, lebendige Geburtes, äh... Gesamte Geburtes und lebendige Geburtes, und sind die Kinderwettergefahren, wenn die Mütters Ferroide gekriegt haben, bei diesen frühen Entwindungen, ja oder nein? Und hier sind die Tractors, die in die Kontrollgruppe reinbekehrt worden sind. Und hier sind auch... 50.000, wenn ich mal... N-Tal... Sollte ausgerechnet sein. Aber 1 plus... 0... Null... Äh... Und es sah so aus, als würden die Frauen, die die Ferroide bekamen, mehr Infektionen... gekriegt haben, als... die Prathebo-Frauen. Also diese ganze Fragestellung... war auch eine Nullnummer. Das heißt, in Rantet in dieser Woche war das eigentlich wirklich spannende, die Uterus-Transplantation. Und dann... Man hat auch diese wunderbaren Übersichtsartikel, in Rantet, die fühlen sich ja sehr sozial, und die... die... die kümmern sich mehr um die Menschen, sicherlich mehr als die Menschen, die in New Yorker auch publizieren. Und hier geht es um... alte Menschen. Und da eigentlich mittlerweile dazu gehören, interessiert mich dies natürlich wieder. nicht. Und hier sind zwei Sachen gemessen worden, bei... das sind Leute, die... in meinem Alter sind, oder noch älter. Und das erste... ich liebe diese Ausdrücke. die... Theunic Wellbeing. Theunism ist feines Englisch für Geilheit. Und... sind die alten Leute geil allein. Und das andere... der andere Variable, kann ich eigentlich nicht... Due to Monique Well-Being, das ist, hat man das Gefühl, dass das Leben eine Bedeutung hat oder irgendeinen Sinn macht. Und wenn man sich dies anguckt, in Sub-Sahara-Afrika, haben wir eine flache Linie, aber die Leute fühlen sich sowieso ziemlich schlecht, nämlich sehr wertig, nur ungefähr 4,3. In Lateinamerika fühlen sich die Menschen ein bisschen besser und wenn sie älter werden, wird das älter schnell nicht ab. Ja, und die armen Leute aus der ehemaligen Sowjetunion in Osteuropa, wenn sie älter werden, geht es denen auch an, da ist es schlechter. Aber bei den hohen Einkommenschenern, dann ist das so, wenn man sich fühlt, hat man Hedonia und man hat auch Pädemonia und so zwischen 40 und 60 Lebensstress und kriege ich diesen Job oder nicht und hat nicht überhaupt keinen Sinn und nehmen meine Kinder Drogen und diese ganzen Sachen, die einen stören, 40 und 60, das drückt alles nach unten. Aber wenn das alles vorbei ist, wenn das gut vorbei ist, dann fühlen sich die alten Leute besser und das geht denen besser als jeder will. Das fand ich für mich spannend und hier kann man ja auch gucken, wie es mit Eulomonien geht und umso mehr Knie man hat, umso mehr Eulomonie hat man. Ja, und das würde mir auch einfallen. Dann sind der Nachweis von Sorgen und in den reichen Ländern, da fallen die Sorgen mit Schülern im Alter ab. Die Kinder sind mit dem Studium vorbei und der Wunsch ist gestorben und diese ganzen Sachen, die einen Gott quälen, die werden tatsächlich besser in den reichen Ländern, wobei in der Sowjetunion und Lateinamerika steigen diese Zahlen an, bis man stirbt. Also ich bin ganz froh, dass wir ihr Leben anstatt und wenn Sie sich das interessieren, dann kannte ich dieses ganze Review, hatte ich sehr spannend. Ich habe das auch gelesen und die Botschaften sind mir alle gegeben, aber jetzt kommen wir zur Wolfgang. Und dies ist ein semi-professioneller Fußballer und dem geht auf einmal ziemlich schlecht und der kriegt dann Alternationen und geht zum Doktor. Und dann wird dieses EKG hier gedreht, wo er diese Episoden hat, wo er ventrikuläre Exasystolen hat, die aus dem rechten Ausbruchstrakt kommen. Darum haben Sie diesen Link-Schenkel-Blocking-Muster. Und wir gucken uns dieses EKG mal an. Achsel ist so 110 Grad oder so, also Stein-Typ, das ist vielleicht okay aus. T-Wellen, okay, PR, Interval, EKG-Lodge, 25 Millimeter pro Sekunde. Und wir gucken uns das nicht ganz normal aus. Man darf vielleicht eine negative T-Welle haben im V1, aber diese T-Wellen sehen eigentlich nicht okay aus. Und dann gucken wir uns hier ein bisschen mehr Details an, wie das zweite EKG wohl diese Exasystolen hat. Und er darf keine negative T-Welle haben im V2 oder im V3 auch nicht. Und hier ist die T-Welle im Platz. Also, ich weiß es nicht, aber dieses EKG ist nicht okay. Es ist einfach nicht okay. Also Kriechtler hat der Bildgebung, hat alles nicht gezeigt. Ich dachte, vielleicht ist es ein genetisches Syndrom. So hat man Farki reingeholt und hat bei dem auch ein EKG laufen lassen. Der hat auch Exasystolen mit Längsschenkel-Block-Muster. Und der ist auch ein Stahltyp. Und der hat auch liebe komischen T-Wellen. Und der hat Bildgebung gekriegt. Es steht im kleinen Bericht CMR, aber ich glaube nicht, dass diesen CMR, ich glaube, diesen Echo. Und der hat einen ganz großen Rechenventil. Und im Prinzip, was dieses Krankheitsbild ist, ist die arrhythmogene rechtszentriktum der Kardiopathie. Und das ist, was die haben. Man hat den eigentlich nicht schick aufgearbeitet. Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Genen gefunden, die für diese rechtszentrikuläre arrhythmogene Kardiopathie verantwortlich sind. Und andere, wo nur der Lokus bekannt ist. Und als diese erst mal veröffentlicht worden ist, ging es um Kontakten, und die Kardiopathie und die Kardiopathie zusammenreißen. Und das heißt, wie heißt das? Esmosomen. Esmosomen. Die ersten sind aus irgendeiner griechischen Hinsie gefunden worden, Korku oder irgendwo, und die haben ganz grauselige Paare zusätzlichen Kreative gehabt. Aber die müssen das nicht machen. Also, klassisches Krankheitsbild, würde ich nur so sagen. Und das war es für diese Woche. Herzlichen Dank, dass Sie gehört haben.